Es gibt ein Färbevideo und ich möchte euch dieses schöne Garn vorstellen, das wir zum Färben verwenden und zwar könnt ihr so Rohwolle bzw Wolle zum Färben ganz wunderbar bei supergarne.com bestellen und da gibt es so viele Varianten und auch Garnstärken und Qualitäten, da ist garantiert für jeden was dabei. Also das ist jetzt hier noch das ungefärbte Garn und dem nehmen wir uns gleich an. Ich möchte euch zuvor einmal die Seite zeigen. Ich habe hier schon meine Handschuhe an, nicht wundern. Also das ist hier die Seite von supergarne und eigentlich ist man gleich dazu verleitet Wolle zu kaufen. Die haben so viele schöne Sachen und gerade auch im Angebot. Ich habe da auch schon zugeschlagen. Winter super sale, da muss man vielleicht mal reingucken. Also ich gehe jetzt hier oben drauf und dann gehe ich hier bei Wolle zum Färben. Da können wir gucken und dann zeige ich euch die, die ich gerade habe. Da seht ihr also, es gibt ganz viele verschiedene Sorten. Ob ihr jetzt zum Beispiel Sockenwolle färben möchtet, dann wäre es gut, wenn da immer noch ein Anteil Polyamid dabei ist. Habe ich jetzt hier auch, obwohl ich nachher keine Socken stricken möchte mit euch. Wir machen da ein Tuch draus. Aber das geht auch wunderbar, denn die Wolle ist wirklich sehr weich. Ich habe jetzt hier also die Aktiv Superfine 280 habe ich. Das ist hier. Und je nachdem wie viel Stränge du kaufst, sind die Preise halt gestaffelt und werden dann immer günstiger, je mehr du bestellst logischerweise. Also bestellst du einen Strang, kostet es derzeit 6,15 Euro. Das sind 100 Gramm. Und ich habe ein 10er Pack. Also ab 10 Stück kostet der Strang 5,23 Euro. Also wenn man viel färbt oder du möchtest dir eine Menge färben für einen Pullover oder so, dann würde ich schon sagen, dass du vielleicht 10 Stück lieber nehmen solltest. Kommt man auf jeden Fall günstiger weg. Ab 50 Stück sind es dann 4,92 Euro und dann wird es günstiger. Und dann steht hier unten halt, dass es eben 75 Prozent Schuhwolle ist und 25 Prozent Polyamid. Und das ist für eine Nadelstärke 3 bis 3,5 ausgerichtet und wäre dann eben ein 6-fach Garn für Socken oder Tücher oder was auch immer du möchtest. Hier oben habe ich gesagt 100 Gramm, aber der Strang hat 150 Gramm. Also das ist ein, hier steht 100 Gramm Strang und du kriegst ihn in 100 Gramm oder in 150 Gramm Strang. So ist das. Und da musst du dir das halt einmal hier vorab aussuchen. Und dann steht hier eben, dass es noch Superwash ist. Das ist natürlich für Socken zum Beispiel jetzt richtig gut und wie viel man halt für einen Pulli braucht und so weiter. Und hier 22 Mikrons. Das ist wirklich ein weiches Garn. Also 100 Gramm Stränge sind das hier. Also ich habe jetzt hier 100 Gramm Strang und man sieht auch schon am Faden, das ist durchaus für 3 bis 4 Nadelstärke ganz wunderbar nachher. So und mit diesem Strang, also das ist jetzt hier einer, die sind dann hier so gebunden, damit das nicht auseinander fällt. Und so kann man die dann in den Farbtopf nachher legen. Und das zeige ich dir gleich. Wir färben wieder mit Zwiebelschalen, aber diesmal, also mit gelben Zwiebelschalen und diesmal habe ich die Wolle in Alaun eingelegt. Viel Spaß mit dem Video. Es wird mal wieder Zeit für ein Färbevideo und da habe ich die guten alten Zwiebelschalen rausgeholt. Die sammle ich immer in so einer Papiertüte und da kommt dann mit der Zeit richtig was zusammen. Jedes Mal beim Kochen, wenn ich Zwiebeln verwende, dann packe ich die Schalen in diese Papiertüte. Da schimmelt dann auch nichts und man kann das wunderbar aufbewahren. Und jetzt habe ich hier einen Topf voll gemacht mit Zwiebelschalen. Das ist so ein richtig großer Topf. Ich weiß jetzt gar nicht wie viel Liter genau. Ist auch egal, ich messe das nicht ab. Ich mache jetzt hier einfach richtig voll mit Zwiebelschalen, habe das auch runtergedrückt und so ein bisschen zerkleinert nochmal mit den Händen. Habe jetzt hier Wasser reingemacht, bis die Zwiebelschalen so bedeckt sind und werde das jetzt erhitzen. Das werde ich zum Kochen bringen und dann werde ich die Flamme runterstellen und das köcheln lassen, also auf kleiner Flamme köcheln lassen und das Ganze für ungefähr eine halbe Stunde. Und dann mache ich den Herd aus und lasse das mit Deckel drauf, einfach ziehen, über Nacht. Und dann wollen wir uns ein Garn färben von Supergarne. Da möchte ich ein Tuch mit euch stricken. Aber das färben wir vorher erst einmal. Und hier seht ihr schon, man kann bei Supergarne Färbewolle bestellen. Das ist natürlich richtig gut. Da kannst du in verschiedenen Qualitäten und Garnstärken bestellen. Und das ist jetzt hier so ein Pack mit zehn Strängen. Und das ist so ein bisschen so ein dickeres Garn, also für Nadelstärke 3,5 bis 4 würde ich sagen. Und die nennt sich Aktiv Superfein 280. Und das sind immer 150 Gramm Stränge. Und eine hat 400 Meter, also geht schon sehr weit. Das ist 75% Schuhwolle und 25% Polyamid. Du kannst also Socken damit stricken oder Tücher oder Pullover. Und ich möchte ein Tuch mit euch stricken. Das seht ihr dann alles nachher. Aber ich finde den Weg dahin schon mal ganz spannend, denn wir färben uns erst die Wolle für das Tuch. Und ich möchte versuchen, mit den Zwiebelschalen, da habe ich ja schon Videos von gemacht, aber da habe ich immer Essig verwendet. Und diesmal werde ich die Schuhwolle vorher einweichen, aber mit mit Alaun, also gebeizt mit Alaun. Dann denke ich mal, dass das kein so bräunliches Ergebnis wird vom Farbergebnis nachher, sondern eher ins Gelbe rüber geht. Aber das ist alles ein Experiment und wir lassen uns überraschen. Aber jetzt erst einmal der Anfang. Wir sehen uns morgen. In dieser großen Plastikschüssel werde ich jetzt Alaunpulver reingeben. Und zwar möchte ich vier Stränge darin über Nacht liegen lassen. Und ich werde dafür vier bis fünf Teelöffel Alaun erst einmal reintun. Ist immer so schwierig mit einer Hand hier. Also einen habe ich schon. zwei, drei, vier, mache ich noch ein bisschen. So, und jetzt mache ich hier laubarmes, eher wärmer, also nicht heiß, aber auch nicht lau, so dazwischen. werde ich jetzt hier Wasser reingeben und das Alaun darin auflösen. So sieht das nun aus. Ich habe jetzt umgerührt und das Alaun hat sich recht gut aufgelöst und jetzt werde ich hier nacheinander vier Stränge a 150 Gramm darin einweichen. So, wahrscheinlich muss ich nur noch ein klein bisschen mehr Wasser drauf geben. Oder aber ich lasse es so mal gucken. Also so, dass alles gut benetzt ist. Nur noch ein bisschen mehr Wasser drauf geben. Und dann lasse ich das über Nacht einfach liegen. Ja, die Zwiebeln, die wollen jetzt auch gleich schon kochen. Und dann drücke ich das hier immer so ein bisschen wieder runter. Und man sieht schon, wie die Farbe da durchkommt. Also, ich stelle die Flamme gleich runter, wenn es einmal richtig aufgekocht ist. Wie gesagt, lasse es leicht weiter köcheln, halbe Stunde lang. Zwei Töpfe habe ich jetzt auf dem Herd. Und zwar habe ich folgendes gemacht. Hier, also ich habe die Zwiebelschalen jetzt rausgenommen aus dem großen Topf. Also, das sind jetzt zwei andere Töpfe. Ich habe aus dem großen Topf, den ich euch gezeigt habe, die Zwiebelschalen rausgenommen und ausgedrückt. und das Wasser dieses Aufkochens in diesen Topf getan. Dann habe ich die Zwiebelschalen zurückgegeben, nochmal Wasser aufgefüllt und das Ganze nochmal eine halbe Stunde köcheln lassen und abkühlen lassen. Und das Ergebnis daraus ist jetzt hier drin. Also, ich habe sozusagen einen zweiten Auszug gemacht und diese beiden Töpfe, die sollen jetzt einmal gleich kochen bzw. der Inhalt soll kochen und dann stelle ich das runter und dann werde ich das Garn reingeben. Ich möchte nämlich mal sehen, das ist der zweite Auszug. Das wird wahrscheinlich etwas heller von der Farbe. Man sieht es zumindest hier auf dem Löffel schon. Und hier ist es etwas dunkler. Also werden wir zwei unterschiedliche Farben im Garn haben nachher. Und ich denke, das wird ganz gut passen, wenn wir ein Tuch stricken möchten. Wahrscheinlich ein Tuch. Ich denke mal ein Tuch. Vielleicht wird es auch etwas anderes. Auf jeden Fall werden die Farben gut zusammenpassen. Und das ist jetzt das Experiment. Das Garn habe ich hier drin. Und zwar habe ich jetzt auch das Wasser mit dem Alaun abgegossen und habe die Stränge nur ausgedrückt und nicht ausgespült. Also einmal gut ausfringen die Stränge, so dass sie nicht mehr so richtig nass sind, aber eben noch angefeuchtet oder feucht. Und so kommen die dann auch gleich hier in die Töpfe rein. So, da fängt das schon an zu kochen. Da werde ich das jetzt drunter stellen, damit das nur noch so ein bisschen köchelt. Und hier warten wir noch. Und dann werde ich die Stränge da rein packen. Wir machen zwei Stränge einmal in den ersten Auszug rein und zwei Stränge kommen hier in den zweiten Auszug rein. Und dann können wir nachher auf das Farbergebnis gespannt sein. Ich sollte vielleicht noch einmal erwähnen, dass ich in jedem Topf zwei Esslöffel Essigessenz noch dazu gegeben habe. Einfach damit die Farben nachher in der Wolle bleiben. Vielleicht macht es das Alaun alleine auch schon. Das weiß ich nicht. Ich habe also noch pro Topf zwei Esslöffel Essigessenz drin. Und hier in diesen Topf mit dem zweiten Auszug. Da werde ich jetzt einfach schon mal den ersten Strang rein geben. Einfach reinlegen. Und den zweiten auch. Und nicht mehr so viel bewegen. Ich werde es nur runter drücken, damit alles wirklich genetzt ist. Und dann mache ich den Deckel drauf. So, nicht ganz zu. Und lasse das jetzt köcheln für 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und hier köchelt das jetzt auch schon so ein bisschen vor sich hin. Da kommen jetzt die anderen zwei Stränge rein. Könnte etwas enger werden in dem Topf. Mal gucken. Also eine da rein. Und der andere da. Das ist mein Löffel. Dann drücke ich das da auch runter. Und mache da auch gleich den Deckel drauf. Und lasse auch das vor sich hin köcheln. Eben jetzt nur nicht viel bewegen und rumrühren. Einfach so lassen. So, hier kommt auch gleich der Deckel drauf. Und dann sehen wir uns nachher wieder. Hier möchte ich euch das Ergebnis zeigen. Es passt gar nicht so richtig ins Bild. Es ist alles ein bisschen dicht. Ich kriege das gerade nicht weiter weg. Aber vielleicht erkennst du schon den Farbunterschied. Also die beiden rechten Stränge hier sind farbkräftiger und intensiver. Und die beiden linken Stränge hier, die sind so ein bisschen heller geworden. Ein bisschen abgemilderter von der Farbe. Der erste Auszug, das sind also diese rechten beiden Stränge. Das ist dann schon, ja, recht orange geworden. Und auch nicht alles durchgängig orange, was ich sehr schön finde. Ihr seht, da sind immer so hellere, hier, so innen hellere Stellen. Das ist, weil ich das einfach so nur in den Topf gelegt habe und gar nicht groß rumgerührt habe. Und das ist ja auch der Effekt, den ich haben möchte. Das finde ich so richtig gut, dass nicht alles ganz gleichmäßig ist. Also hier seht ihr schon richtig dunkel orange und dann zur Mitte hin wird es heller. Und da habe ich schon richtig Lust drauf, was draus zu stricken. Und diese beiden Stränge, ich denke mal, da lässt sich einiges machen. Und die anderen beiden. Ach so, ich hatte ja gesagt im Video, dass ich eigentlich hoffte, dass es ein Gelb wird oder in ein richtig schönes helles Gelb ist es mal nicht geworden. Ja, das ist halt die Überraschung beim Färben. Ich weiß nicht, was ich da verkehrt gemacht habe beim Färben mit der roten Zwiebelschale. Da ist das Ergebnis ja nachher auch anders geworden, als ich eigentlich dachte. Aber gut, es ist gelb mit drin. Das zählt. Das finde ich schon okay. Und diese beiden helleren Stränge, das ist dann doch so eher die Farbe, so wie ich das schon von den gelben Zwiebelschalen her kenne. Aber auch hier siehst du, da ist weniger Farbe als hier. Und das ist nachher, das ist richtig schön. Hier seht ihr das noch kräftiger. Braun, orange. Und auch aus diesen beiden Strängen machen wir uns ein Tuch oder irgendwas. Da lasse ich mir noch was einfallen. Und dann nehme ich euch für die Anleitung wieder mit. So, also das sind die Ergebnisse. So sieht das aus. Und wer weiß, wie es ausgesehen hätte, wenn ich das nur in Essig eingelegt hätte. Wahrscheinlich dann eher so. Vielleicht hätte ich das in Aloun auch noch länger einlegen müssen oder anders verwenden müssen, damit es noch heller wird. Auf jeden Fall bin ich zufrieden. Die Farbe ist wirklich schön. Und sie hat so ganz viele Nuancen in den Strängen. Die muss ich jetzt noch zu Knollen wickeln. Die sind ja also jetzt gebadet. Nachdem ich sie aus dem Farbtopf geholt habe, habe ich sie ja ordentlich ausgespült. Und zum Trocknen aufgehangen. Die sind jetzt trocken. Ich werde sie zu Knollen wickeln. Und wenn ich dann mit der Wolle gestrickt habe, wird das Gestrick natürlich auch noch einmal gebadet und gewaschen. Da wird es vielleicht noch ein bisschen Farbe abgeben. Aber ich denke nicht mehr viel, so wie ich das von meinen bisherigen Färbungen kenne. So, dann hoffe ich, du hattest Freude und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Winke, winke. ... ... ... Vielen Dank.